Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern. Dritte Liga 2020, 2021, 24 Spieltag. Kaiserslautern gegen Bayern München U23. Ergebnis 1 zu 1. Startelf von Kaiserslautern. Spahitsch, Zimmer, Heideach, Winkler, Zuck, Schicknicker, Schiftri, Redondo, Uahim, Klein, Sorge, Pouret. Startelf von Bayern München U23. Wagner, Sternsieg, Lamvar K, Fladean, Kari, Mb, Lugwitz, Stieler, Schott, Watzmüller, Jachstamoski, Schinkar. Das war's von Kaiserslautern gegen Bayern München U23. 16.11 Uhr. Schönen, Schicksal. 2. Vielen Dank.